Stellt euch mal vor, ihr seid ein Mädchen, aber irgendwas in euch sagt euch, dass ihr viel lieber ein Junge wärt. Die 14-jährige Pia Wall fühlt sich im falschen Körper geboren. Tampons auf dem Männerklo. An der Bergischen Universität Wuppertal ist das jetzt Realität. Sie haben gesagt, Russland ist ein Feindesstaat für uns. Alle Russen sind Feinde. Müssen sich mit der neuen Bedrohungslage auseinandersetzen. Wir müssen kriegstüchtig werden. Und die, die hier mit Friedenstauben rumlaufen, sind deshalb vielleicht gefallene Engel, die aus der Hölle kommen. Ich will sie! Diese Omikron-Variante soll noch mal deutlich ansteckender sein als schon ihre Vorgänger. Immer mehr Fälle von Affenpocken weltweit. Das Robert-Koch-Institut mahnt angesichts der ersten Fälle in Deutschland zur Wachsamkeit. Das Virus verändert sich ja immer wieder, auch nach wie vor. Was können Sie zur aktuellsten Variante sagen? Mach den Pferd aus, mach den Pferd aus, zieh den Stecker, schmeiß die Kiste aus dem Fenster raus. Mach den Pferd aus, mach den Pferd aus, zieh den Stecker, schmeiß die Kiste aus dem Fenster raus.